Hallo zusammen, ich grüße euch heute von Papenburg, von der Meierwerf, hier im Hintergrund das Besucherzentrum. Da gehen wir heute nicht rein, wird demnächst auch mal wieder Zeit, aber heute wollen wir uns noch mal wieder ein bisschen genauer die Carnival Jubiläe anschauen, die ja hier liegt. Wir waren ja zum Ausdocken hier und jetzt wollten wir noch mal ein bisschen schauen, denn natürlich ist seitdem wieder einiges passiert. Unter anderem ist nämlich der markante Schornstein von Carnival jetzt endlich montiert. Ja und wir schauen uns das Schiff jetzt wieder ein bisschen lauer an und natürlich seht ihr davon dann gleich auch ein paar Bilder hier im Video. Diese Gegend hier, das eignet sich natürlich auch immer total cool zum Spazierengehen, das heißt, das kann man dann schon auch noch verbinden, weil wir fahren ja auch immer circa eine Stunde her ungefähr und von daher verbinden wir das dann auch immer mit einem kleinen Spaziergang hier lang, weil wir dann hier von hier gleich auch noch richtig einen tollen Blick auf das Schiff dann haben. So und hier seht ihr dann auch den vorhin angesprochenen Schornstein, der kürzlich noch nicht drauf war, beziehungsweise eben diese Flosse. Das Ganze soll eben an eine Wahlflosse erinnern und das ist quasi das Markenzeichen von Carnival. Ja und da hinten seht ihr dann quasi die Schienen von der Achterbahn, denn dieses Schiff hat eine Achterbahn an Bord. Das gibt es bisher so nur bei Carnival. Also es gibt noch zwei weitere Schiffe von Carnival, die auch die Achterbahn haben. Ja und von daher ist das natürlich mega spannend und da ist immer was los. Musik Nach dem kleinen Spaziergang packt meine bessere Hälfte jetzt noch seine Drohne aus und dann gucken wir mal, dass wir da noch ein paar richtig coole Bilder und Videosequenzen von dem Schiff kriegen. Mal gucken, was er da so zaubert und dann gehen wir hinten zu quasi Besucherterrasse, Schiffspotterterrasse, wie auch immer die das nennen. Da kann man nämlich noch Matchesbrötchen bekommen und dann wollen wir heute noch ein Matchesbrötchen essen, bevor wir wieder nach Hause fahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020